Hey Alex, wir machen hier unseren Startplatz. Starten wir! What is up YouTube? Hallo, ich bin wieder da, ich bin wieder back. Ich habe eine DJI Mini 2 gekauft. Ich weiß, ich bin ein bisschen late to the party, but still at the party. Und die werde ich heute testen. Jetzt geht es mal in die Lobau und dann werden wir das Ding mal starten. Und ich bin ein bisschen nervös. Ah ja, und eine neue Sonnenbrille habe ich. Die hat starke viel Euro gekostet. Alrighty, let's go! Eine wichtige Sache habe ich vergessen. Und zwar den Alex. Hi! Der kommt nämlich auch mit. Der hat nämlich die wichtigste Aufgabe heute bei dem Test. Und zwar die gute Laune zu verbreiten. Yes! Von der habe ich so wenig und der Alex spitzt dich. Und zwar die Wiese ist ein bisschen schwerer zu finden als gedacht. Aber der Alex hat gesagt, er kennt einen Geheimweg. Ja! Ey, wehe! Lasst uns kein Like da! Weil ich bemühe mich gerade mit dem Alex extrem, dass wir da coole Sachen für euch filmen. Also! Haut jetzt mal ein bisschen ein Abo raus und ein Like! And ring the bell! Oh! Ey Alex! Dein Geheimweg ist kacke! Das ist unsere Wiese. Da wollen wir hin. Wuuu! Wiese! Schöne Wiese! Geil! Ich glaube, da können wir starten. Das ist perfekt. Wir haben keinen einzigen Absturz gehabt. Das ist schon mal echt gut, glaube ich. Wir sind gefahrene Profis. Ich glaube, das hat aber auch nie in Betracht gezogen, dass wir keine Profis sind. Wir würden noch gern irgendwie etwas mit Wasser filmen. Und das haben wir jetzt auf der Suche. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade fündig geworden. Achtung! Nächstes Hindernis, Alex! Okay, wir haben Wasser gefunden. Ja, Alex! Magst du auch eine Drohne kaufen? Ja, Alex! Und jetzt auch noch ein bisschen mit Wasser. Vielen Dank.